Das Ehepaar Biermann in Wetter an der Ruhr durfte in diesen Tagen ein so seltenes wie schönes Jubiläum begehen. Marianne und Wilhelm Biermann feierten mit Tochter und Schwiegersohn sowie mit einigen Freunden ihre Gnadenhochzeit. Das Ehepaar, heute fast 90 und 92 Jahre alt, gaben sich vor 70 Jahren am 3. April 1948 im Standesamt Wetter das Jahrwort. Ihre Freizeit verbrachten die Ehepartner überwiegend mit sportlichen Aktivitäten. Und was ist das Geheimnis einer so langen und glücklichen Ehe? Neben Geselligkeit, guter Laune, Unternehmenslust und viel Humor waren das vor allem viele gemeinsame Reisen. Bürgermeister Frank Hasenberg ließe sich nicht nehmen, dem Ehepaar Biermann zu diesem besonderen Hochzeitstag zu gratulieren.